so let's go lebanos schauen wir mal was der mit uns macht oder nicht stehe gleich da oben sehr nice ich habe nur noch vier haltränke so ihr könnt eigentlich hier gleich eine hafe stellen weil wir gehen nirgendwo mehr runter oder sowas können hier auch gleich mal ein bisschen aufbauen indem wir ein bisschen rein machen so kaputt gleich noch mal ein bisschen mehr waffen und ich krieg es gleich wieder voll ab ich glaube der hat getroffen okay gleich wieder gleich mal ein halsschlucken wir haben jetzt ein bisschen weniger feuer damit alle schilden schön das war eine nice damit sparte so wir machen jetzt die ulti weil die sind alle doch sehr low berserker ist jetzt ein bisschen rausgeladen ja wir hängen hier gleich einmal t das war rip so ein baum oder so da ist ein baum natürlich gleich den baum weg ich weiß nicht genau was der baum macht ob er ihn heilen kann oder nicht das kann ich nicht sagen aber er ist auf jeden fall immun solange der baum da ist so einmal das hier noch rein dann sollte es eigentlich das gewesen sein ist wichtig der heal ist wichtig schilden ja ich glaube wir werden ja genau ich wäre jetzt nämlich gerade gestorben schild kann ich dir leider nicht geben da bist du mir gerade zu weit weg gerannt und gleich ein trank noch rein und das war der letzte für heute invincible der neuer baum ja es wäre jetzt ne bubble wenn ich jetzt ne bubble kriegen würde das wär das wäre gar nicht mal so schlecht schilden hier mal rein ach da ist noch mal ein baum okay dann stellen wir doch mal die ah kein weg hier nice noch mal invincible steht da noch mal ein baum oder oder was genau passiert hier gerade so wir heilen hier mal ähm ich hab das gefühl ah ok der ist weg das heißt er braucht auch kein heal jetzt gerade im moment oh mein gott ich gehe genau rein ouch 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 der ist mies der ist richtig mies du weißt nämlich nie was was kommt aber wir spielen ihn glaube ich gar nicht mehr so schlecht gerade im moment so ich schildere alle ja nice oh nice nice damage drauf damage drauf ich will halt ne bubble echt schön komm heilen schilden und gleich bilden bis zur nächsten bubble komm komm immer in action bleiben und raus hier und wieder verteilen und movement so dann machen wir mal damage hier vorne boah nirgendwo rein rennen und einmal ulti bitte kommt durch kommt durch kommt durch boah nice sehr nice sehr nice und ein heal es war auf jeden fall wichtig dass wir die eine bubble übergegangen haben weil dann können wir alle heilen wir haben zwar gerade wieder boah der war nicht der war echt nicht gut der war echt nicht gut der war echt nicht gut so ich muss mich jetzt selber babbeln ich sterbe sonst gleich ich bleibe jetzt noch ein bisschen auf range hier ja genau deswegen aber ich sollte die bubble eigentlich gleich haben ähm ähm flair so gehen da rüber und stellen dann direkt eine harfe damit wir einfach gleich weiter bauen gleich weiter bilden gleich stellen gleich aufbauen so gleich stellen dass wenn wir ankommen ich geh mit dem schild rein ich geh mit dem schild rein ich geh selbst mit dem schild rein Macht dann einen Sprung rein und heilen. Und Damage rausnehmen. Das war gar nicht mehr schlimm. Oh mein Gott, ein Stehen geblieben. Und Damage hier drauf. Ich stand perfekt, ich stand perfekt. So, dann können wir gleich nochmal ein bisschen weiter laufen. Und wieder ein bisschen Damage reduzieren. Alle nochmal ein Schild geben. Ich glaube, ich habe nicht getroffen. Ich glaube, ich habe gerade echt nicht getroffen. Ein bisschen dodgen, 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 dodgen. Oh nice, der war sehr gut. Und heilen. Der war richtig nice. Und gleich eine Bubble. Oh, sehr nice. Das ist ein richtiges Setup jetzt. So, dodgen. Und wieder ein bisschen Damage machen. 45 Sekunden bis Ulti. Nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Schilden. Am besten. Am besten. Am besten. Jetzt nicht sterben. Jetzt am besten nicht sterben. Und gleich der nächste hier rein. Und gleich Schilden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. 5 Sekunden bis Ulti. Wird natürlich sofort geused, damit mir hier keiner weg stirbt. Und wir haben gleich... Nice. Und ein Heel. Ja, das mit dem Heel, das läuft echt genial, muss ich sagen. Ja. Aber ich weiß nicht wieso, aber ich krieg echt verdammt viel Schaden von random. Also es fühlt sich echt richtig random an, was hier an Schaden rausgeht. Na ja. Ja, verdammt. Hätten wir fast geschafft. Aber... Ja. Leider nicht. Leider nicht. Aber nice, er ist down. Nice, er ist down. Der war gar nicht mal... War ein guter Run. War ein echt guter Run, muss ich sagen. War ein bisschen risky von mir, das so zu spielen. Ich hätte auch zurückgehen können. Aber... Der Heel war nice. Der Heel war nice. Za 1979, gab es tiefer mich so zu sagen. Wie geht es ab